Ja, was willst du? Schere dich davon. Hausmann Jim? Ja, viel Spaß mit deinem Schlammhaus. Standverkäuferin Debbie. Hm, was hätte ich jetzt davon? Wenn ich mir den Stand da kaufe, keine Ahnung. Ja, Standverkäuferin Debbie, ich kaufe lieber hier dein Haus. Und du kannst dir geschmeidig zur Miete leben. Ist doch was, oder? Ja, und was hast du hier für mich? Ihr macht euch einen Namen, was? Damit jeder weiß, wer ihr seid? Ein ausgezeichnetes Ziel. Zurzeit kennt mich wirklich niemand. Aber schon bald werde ich überall bekannt sein, als der Mann mit der größten Thomas-Kate-Kinn-Sammlung der Welt. Seit Jahren kaufe ich seine Bilder. Sie sind echt spackbillig, weil er ein so vollkommen unbedeutender Künstler ist. Aber was, wenn er plötzlich berühmt wird? Dann wären seine Bilder ein Vermögen wert. Und wie wird man als Künstler besser berühmt, als durch ein unglückseliges Ende? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Oh, habt ihr euch für euren nächsten Quest herausgefunden? Ah, unser mächtiger König. Ja. Ach Gott. Thomas-Kate-Kinn. Oder wie da ausgesprochen wird. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Hör nicht auf dein dummes Herrchen. Mach sein eigenes Ding. Na, Kumpel? Habt ihr euch schon nicht? Ich soll hier den Künstler ausschalten und ich verplammer mich hier voll und das machen wir natürlich. Exzellent. Kate-Kinn lebt in Brightwall. Komm zurück und lass mich wissen, wenn es vollbracht ist. Ich werde Käufer suchen. Ja. Jetzt bin ich auch noch ein Mörder. Und du da drüben... Halt, stehen geblieben. Geht jetzt, ja? Na gut. Es gibt noch andere Häuser. Dies hier ist meins. Ja, schon gut. Besonderlich hübsch hast du sowieso nicht aus. Schloss Bowerstone. Marktplatz, Industriegebiet. Ja, ich glaube, das war am Marktplatz. Da reisen wir mal schnell hin. Ja, und die Kasse ist immer noch so leer. Heu. Ich kaufe eure Sachen. Kommt her und ich kaufe sie euch ab, ja? Oh, hallo, eure Majestät. Und jetzt ganz schnell zurück zu dem Freak da drüben. Zu dem Reaver-Fan. Äh, was machst denn du hier? Ich kann nicht glauben, dass ihr mich geschnappt habt. Ich dachte, mich kriegt keiner. Äh, okay. Ach, Geschenke, her damit. Ich bin so zufrieden mit euch. Danke dir. Deshalb schenke ich euch etwas. Wow. Wow. Seine Unterhose. Ihr habt es geschafft. Grandios. Ich bin so glücklich. Meine Sammlung ist komplett. Ja, wirklich. Viel Spaß damit, du eklige Frau. Und was habe ich jetzt davon gekriegt? Gar nichts. Boah, Schande über dich. Nun gut. Gibt es hier noch eine Aufgabe irgendwo für mich? Da drüben noch eine. Sprecht mit Annette. Beziehungsquest. Nein. Die Schuld. Na gut, hier. Cedric. Dir helfen wir natürlich. Und der Kerl, das steht hier sowieso unten. Hör zu. Ich hörte, ihr könnt gut mit euren Waffen umgehen. Ich kenne jemanden, an dem ihr es beweisen könnt. Ein Kerl namens Alan. Er hat mich beraubt. Insgesamt knapp 1000 Goldstücke. Wir haben um Geld gespielt. Im Prinzip hat er gewonnen und eigentlich war es fair. Außerdem lässt man niemanden einfach ermorden, weil er einen geärgert hat. Aber mein Entschluss steht jetzt fest. Oha. Also normalerweise würde ich so einen Scheiß überhaupt gar nicht machen, aber die fünf Gilden Siegel. Sag ja. Tut es für mich. Genau. Ich mach's für dich. Und für die fünf Gilden Siegel. Prima. Alan ist sicher im Bowerstone Industriegebiet, um jemanden über den Tisch zu ziehen. Sorg dafür, dass er das nie wieder macht. Niemals. Hm, ich dachte, der spielt fair. Ja, jetzt sind wir wieder im Industriegebiet. Ich würde mal gerne Reaver besuchen gehen und mit ihm mal ein ernstes Wörtchen reden. Seine SM-Kammer dort unten interessiert mich ja dann doch sehr. Vielleicht kann unser junger Prinz die auch mal benutzen. Ähm. Ja, was war das hier grad? Cedric kommt wieder auf die Beine. Und wenn das geschieht, zwinge ich ihn wieder in die Knie. Es muss doch hier jemanden geben, der Geld verlieren möchte. Ich bin ein echter Glückspilz. Der Typ ist das hier. Sollen meine Kinder weisen werden? Soll ich jetzt das verdrucken, oder was? Änderlich. Ich hab euch noch nie gemocht. Kapiert? Vergeben. Hm, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau das Richtige war. Hm? Anscheinend doch. Hätte besser laufen können. Diese Person hasst euch jetzt. Aber egal. Hass hat auch etwas Gutes. Wer euch nicht ertragen kann, gibt euch ein Geschenk. Eine Art Schmiergeld, damit ihr endlich geht. Der König! Wow! Wir sind ein guter König, ja. Wir hauen die ganzen Leute einfach um, wenn es uns nicht passt. Gott, was ist jetzt schon wieder los hier? Ach, Geschenke, hier. Hier, Majestät. Das ist für euch. Dankeschön, Luise. Es ist nicht billig, aber der Markt gibt nichts anderes her. Ja, das mit den Geschenken gefällt mir ja dann doch relativ gut. Vor diesem auroranischen Kabelstil. Na gut. Wer sagt auch schon zu Geschenken, nein. Majestät. Stehe zu Diensten, Sir. Ja. Luis, ich hab den Ellen umgebracht. Jetzt muss ich nur noch einmal spielen und etwas Geld gewinnen. Nein, Auftragsmörder sind nicht billig. Fünf Gülden-Sügel. Naja. Mit Gold wäre ich zufriedener, aber man kann ja nicht alles haben. Ja, und die ganze Zeit weiste mir dann den Weg zum Thronsaal, nur ich möchte noch nicht. Checkst du es nicht? Ja. Bowerstone-Markt habe ich alles erledigt. Im alten Viertel auch. Jetzt gehen wir mal schnell ins Industriegebiet. Dort wartet noch mindestens eine Aufgabe auf uns. Ja, und wo ist sie jetzt? Hm, wo sind wir? Da drüben. Jagd nach dem Ring. Ach, die nehmen wir gleich an. Die Richtung. Okay, ich bin leicht verwirrt. Die Geschäfte laufen gut. Alle haben Gold bis zum Abwinken. Ja, fast alle. Außer ich und mein Königreich. Mylar. Gibt es hier eigentlich in den Kisten irgendwas? Ich habe da, glaube ich, noch nie was gefunden. Und Glitzerspur, wo führst du mich hin? Hallo? Glitzerspur? Bringt mir, was ihr nicht mehr wollt. Ich kaufe es. Ähm, ich will aber nicht ins Schloss. Verstehst du es nicht? Nein, die Spur versteht es wirklich nicht. Jetzt, Gott, jetzt bin ich umsonst hier den ganzen Wilkenklang gelatscht. Ich kriege die Krise. Hallo, mein Herr. Gibt es hier keine Geschenke? Ich will Geschenke haben. Hallo. Nein, ich grüße dich nicht. Ich kriege von dir kein Geschenk. Ja, und ich will doch nur zu diesen Typen hier. Jetzt aber. Ach, hier ist er. Ach du meine Güte, das glaube ich jetzt nicht. Der letzte Samstag sollte der beste Tag meines Lebens sein. Ich habe meine verlobte Sonja zu einem romantischen Ort gebracht und den Ring ausgepackt, der mich all meine Ersparnisse gekostet hat. Die letzten Sonnenstrahlen trafen auf den Diamanten und tausend glitzernde Sterne tanzten über ihr makelloses Gesicht. Und dann fiel der Ring in die Kanalisation. Erst weg! Okay, ganz ruhig. Ich muss Vertrauen haben. Kann ich euch vertrauen? Steigt ihr in die Kanalisation und holt den Ring für mich? Ach Gott, bin ich ja nur umgeben von Deppen? Ja. Wie entscheidet ihr euch? Ja, heute eine Typ auch gleich noch. Ja, ich helfe ihm jetzt auch nochmal. Ach, ich bin gerettet. Ach, und im Sinne völliger Offenheit. Die Kanalisation soll gefährlich sein. Deshalb gehe ich auch nicht selbst rein. Hier wirklich, in Elbien müsste der König die Drecksarbeit machen. Ei! Ja! Hilfe! Ich mache euch ja nichts. Meine Güte, reißt euch mal zusammen. Na, ich gehe noch schnell hier die Geschenke öffnen. Willkommen im Unterschlupf. Kreaturenbeschwörungstank. Naja. Ein rätselhaftes Geschenk. Was da wohl drin ist? Kleiner dekorativer Teppich. Okay. Königliche Beintätowierung. Und hier. Smaragd. Das waren dann wohl alle Geschenke. Ja, leider. Gut, jetzt gehen wir mal hier rein in die Kanalisation. Und ich weiß ganz genau schon, was für blöde Viecher hier schon wieder auf mich warten werden. Oder auch doch nicht. Wer hat denn hier gerade geflucht? Ihr würdet nicht mal einen Elefanten trennen. Ihr könnt doch nicht einfach Zauber gegen uns einsetzen. Wieso nicht? Ja, nehmt Feuer, wenn ihr nicht fair kämpfen könnt. Ja, frisst das und jetzt gibt's gegrilltes Menschenfleisch. Die halten ja einiges aus hier. Und mein Hundi ist extrem stark. Die Flammen tue ich mir jetzt überhaupt gar nichts an. Gut, Jungs. Reißen wir der Ratte das Herz raus. Und dann wird es an die Vögel. Hundi langweilt sich schon ziemlich. Und die KI ist ja noch dümmer als ich dachte. Die macht aber gar nichts. Ja, nehmt Feuer, wenn ihr nicht fair kämpfen könnt. Ach Gott, ist das langweilig. Wieso könnt ihr nicht ehrlich kämpfen anstatt schmutzige schwarze Macken? Jetzt hör auf zu heulen, ey. Ist ja schrecklich. Und ich hänge im Turm. Aua, der schmeißt hier mit Granaten nach mir. Das gibt sicher eine Beule. Komm, stirb, stirb, stirb. Ähm, ich bin hier tatsächlich gerade am sterben. Und es ist doch echt knapp geworden. Jetzt kommen die blöden Fledermäuser wieder zurück. Lasst mich doch in Ruhe, wirklich. Ah, da drüben ist ein Schlüssel. Sehr schön, dass ich jetzt hier entlang gegangen bin. Und es ist mein Zehnter. Und ich weiß ganz genau schon, wo eine Truhe steht. Und zwar in... Witch Wall, oder? Oder Bright Wall. Ja, genau, in Bright Wall sollte noch eine Truhe stehen, die zehn Silberschlüssel voraussetzt. Was sagt man das so? Noch. Ich hoffe doch. Gut, gerade eben war Zahltag. Und das ist jetzt auch hier mein Zeichen zum Aufhören, würde ich sagen. Ja, wir hören uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gute Nacht oder wann auch immer ihr diese Folge euch anseht. Bis bald. Ciao.